Ich würde mal sagen, wir machen die Story weiter. Aufgrund, dass wir so viel gemacht haben. Wo wollte der denn nochmal hin, das? Wo wollte der denn nochmal das vorhin gehen? Der weiß schon warum man hier aus dem Weg geht. Die beiden haben wir ja auch noch. Das ist ja eine DSC, ne? Der weiß schon alles, du bist ja unglaublich. Oh nein, noch nicht. Die lassen sich so leicht verwechseln. Nur mit den Richtigen. Du brauchst eine Super-REC-Disk, eine Super-Doppel-Disk. Und eine Komplett-Heilungs-Disk. Ach ja, das war das. Eine Super-REC-Disk, eine Super-Doppel-Disk und eine Komplett-Heilungs-Disk. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber ich bin dabei. Nein. Vielleicht sollte ich mal das Farben... ...für erstellen. ... ... ... ... ... ... ... Was ist das so gut? Und dennoch ist der Weg zu Lilisman richtig schwer. Deswegen weiß ich nie, wie sie es schafft. Was brauchen wir das morgen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie haut man richtig schnell weg? Was ist das? 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 Alter, wieder wie auf einmal schlagartig hier. Ich habe 30 von 30. Was ist das? 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 Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen Pedis, genau. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Da oben wartet er auf mich. Ich kann nichts mehr weiter nehmen. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen haben. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Wir sind so weit, dass wir in Ramanchen gehen können. Vielen Dank, Kota. Du hast auch das, was du? Du hast auch das, was du? Du hast es geholfen, zwei von uns. Was ist das, was du in der Tat zu tun, was du in der Tat zu tun? Du hast es, Mirei, dass du nur die Verlust anstattest, was du anstattest, was du anstattest. Ich glaube, ich glaube, es ist kein Mensch, oder? Ich weiß nicht, ob ich es nicht so richtig zu sein. Wenn Sie mich nicht zu wissen, was ich nicht zu machen, was ich nicht zu machen, was ich nicht zu machen. Ach so. Ich muss mich nicht zu machen, oder? Das ist dein Freund, wenn ich mich zu machen, und ich werde den Standort verletzen. Nein, ich werde selbst nicht rausnehmen. Ich denke, dass ich mich zu machen, wenn ich die Mitarbeiter in die Standort komme. Ich habe mich mit mir und Mirei gelegt, dass ich mich und Mirei habe. Der Honeo-Risort ist ein ganzes Ort, also wenn ich mich mit dem Honei bin bin. Wenn ich mich mit dem Honei bin bin, muss ich erst einmal entscheiden. Oh, das ist alles fertig. Ich bin, dass ich mich nicht verletzen kann, damit ich mich nicht verletzen kann. Ich bin, dass ich mich nicht verletzen kann. Entschuldigung! Gehen Sie mich an. Entschuldigung! Dann gehen wir bis zum Honeo Resort! Ok, dann gehen wir bis zum Honeo Resort! So müssen wir jetzt im Knochen-Rensor Du musst die Falle richtig stellen, aber du musst sie auf dem Berggipfel im Knochen-Rensor westlich der Oguino ein, nur dem rosa Stein auslegen. Es ist eine lange Reise, bereite ich ruhig auf sie vor. Ich gehe erst mal in die Stadt und lasse mich dahin warten. Außerdem muss ich noch Sachen ablagern. Passt perfekt, dann können wir gleich aufs Klo gehen hier. Mega Sidramon, ja das ist perfekt, haha wie? Oh du kommst du denn her? Ich habe nichts gemacht, ich bin Mega Sidramon. Ich hätte gehört, dass es hier einen neuen See gibt, also bin ich vorbei gekommen um ihn anzusehen. Das Wasser ist absolut fantastisch, ich glaube ich bleibe erst mal hier. Blas hier ein Leben? Nein, das Wasser hier ist viel schöner. Hm, meines Tages früher oder später. Ja, das heißt also, dass er später dann verstoßen wird. Ich glaube, wenn wir die 45 oder so die Siege hinter uns haben, ne? Dann mache ich hier wohl weiter Training. Wer weiß, vielleicht schafft sie was ja auch mit diesen Team und Team bis zum Schluss, ne? Ohne, dass noch einer stirbt. Hier bist du mit Cherry, ich habe gute Neuigkeiten. Stingborn ist ablos und zurückgekehrt. Es ist ins Labor gegangen. Ich glaube, es möchte etwas ganz Tolles erforschen. Der Verstand der Stadt liegt jetzt bei 99. Der Stadt geht jetzt richtig gut. Wichter zu sehen. Wichter. Eins kann rauszeln. Immer, was ihr seid mir gibts. Der Wichter zu sehen, ja. Kannst du dich. Alles ist das ein bisschen zu sehen. Es tut mir deine Weichter. Glocken hoffe ich. Ich habe welche Eingang zu sehen. Irgendworte- und ich. Kannst du mich einem Feier für dich. Und ein Einblas. Ich nehme euch. Das ist das ein bisschen. Ich werde mich mit, wenn du die Sieg. Wie sieht es eigentlich aus gerade? Wie ich noch nicht erreichte. Ich denke, ich habe noch nicht mehr geholfen, aber ich habe noch nicht mehr geholfen. Das war's für heute. um sagte er welches Kugelnhaus hat er nochmal gesagt irgendwo sah Steinhaus oh nö das ist ja mhm 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 Das ist ja so cool. Hitsch! So we're gonna land! I'm going to land! It's a good plan! You'll see it very well! Katsuke! You're so fast, right? Katsuke! Katsuke! Dunkelheit! Chaos-Verringerung! Was ist denn mal so ein Master-Monitor-Series? Komm schon! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017